Herzlich Willkommen zu einer neuen Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Es handelt sich um die Nasenkorrektur ohne OP. Eine der meist durchgeführtesten Behandlungen hier bei uns in der Klinik. Und wir sehen, es wurde bereits Hyaluronsäure unterspritzt. Unsere Patientin wünscht sich zum einen eine schöne Nasenspitze und einen schönen Nasenrücken, der nicht so abgewogen ist. Vorher hatte sie natürlich kein Höcker, aber sie möchte trotzdem einen schönen Ausgleich, sodass im Profil ihre Nase schön aussieht. Und das, denke ich, werden wir auch hier schön erreichen. Hier werden noch ein paar Feinkorrekturen vorgenommen von unserem Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie. Und ich denke, dann setzt sich die Hyaluronsäure auch langsam und man sieht, wie schön das Endergebnis geworden ist.